das ist wirklich der glücklichste oder ok wir kommen zurück bei diesem hier heute haben wir ja was ganz besonderes vor du weißt noch gar nicht was es ist aber zuerst muss ich mich ja um meine stats ein bisschen kümmern das heißt mein guter scheiße ja alles so ja du bist müde mein guter ist was wir jetzt machen schlafen ja tu nicht so als wenn du ja acht wochen wunder warst alter mach mal nicht ganz so schnell ich will bisschen was erzählen so ich will mal gucken wie der rumkischert im schlaf so schlafe ich auch immer wer weiß was dafür für komische farben träumt okay so wir gucken in der zeit ja da weh wohnt hier 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 ja da ist er muci pvc Muschi Pichi. Ufka. Ja, genau. Die haben es mit, die Fotos, ne? Naya Fluff. Sehr schön. Aha. Wer da auch weh wohnt hier, wenn ihr wisstet. So, mein guter Hast du ausgeschlafen? Nee. So, jetzt spulen wir hier ein bisschen vor. Guck mal, wie der pennt. Ja, du willst einen Fälle im Schlafen. Das träumt nicht ja so. Ah, von einer großen Rede. China, 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 Shinga, Shongli, Shong. Lass einfach laufen, mein guter. Auch wie der läuft. Na, wir gucken dir beim Bullern zu, komm. Schön. Was ist denn nun mit dem? Klar, sehr erleichternd. Das gibt sogar Punkte. Jetzt wird ja wieder Kindermusik hören. Das machen wir. Da gibt es nämlich gleich 25 Punkte. Können wir die im Fernsehen. Kann man auch machen. Mein guter On. Weißt du, was du jetzt machst? Du nimmst Nachdenklich Duschen, um die Inspiration anzukurbeln und dann... Ja. Der ist nämlich jetzt paranoid. Schön erstmal die ganzen Zecken unter der Achse rauskratzen. Die Folge saugen. Die krümeln jetzt so runter. Blub, blub, blub. Schalali. Erst unter dem Arm waschen und dann ins Gesicht. Kleine Voo. La, 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 la. Ah, sims. Woo. Wie lange dauert denn das? Das spinnt. Hörst du wegdrücken. Sicke Fuss, Kleine Voo. Sicke Fuss, Kleine Voo. Ah, ne, jetzt geht's. So, mein guter. Jawoll. Wisst du, was wir jetzt machen? Was zu essen? Komm, wir gehen in die Ego. So, mein guter. Ah, spinns einfach. Der Checker kommt. Jetzt machen wir uns kochen. Wir machen noch einmal so einen Kortensalat. Jetzt geht's ab. Einmal die Schranktür aufgeschmissen. Zugeknallt. Der Kühlschrank hält nicht lange. Der explodiert nachher. Na. Der will schon die Finger schneiden. Hm. Ah. Hä, wo schne... Der will die Arbeitsplätze. Ey, Junge. Ich hab's grad noch gesagt. Junge, wenn du's nicht kannst, ja? So schnell schneiden. Dann mach's einfach nicht. Tu doch nicht so, als wenn du's kannst. Hö. Der hat nur Tomaten geschnitten. Da würde jetzt ein Salat draus nehmen. Ja. Alles klar. Juppe. Das ist so grün. Der hat die Pübel mit rein gemacht. Oh, ii. Na, der Gute. Hm. Oh, wie das klingt. So, mein Guter. Jetzt setz sie dich ja hin. Oh. Oh. Ja, genau. Ein Pflever. Oh, warte keiner. Wurtsch und Sonsassi. Da fehlt noch irgendwas. Bisschen Benzin oder so. Die richtige Würze, Junge. So. Schön aufwaschen. Hey, der Teller glänzt doch. Warum wäscht denn der den auf? Der hat den sauber geleckt. Der hat den sauber geleckt. Und abtrocknen tut er die Schüssel mit seiner Schlüpfer. Schu-me-yiff. Mashanufu. Aha. Kanacen. Jibs. Kuschimalakakapu. Juuu. So, ein Bild malen wir. Aber erst machen wir unsere schöne Kinderwissig an. Die ist nämlich die beste. Da geht der wieder voll ab. Wir machen. Ja. Ich bin, oh weh. Ich bin so klein und süß. Lalalala. 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 Wir tanzen jetzt. Zu diesem Song. Das ist die neue Nationalhymne. Das weiß jeder. Da klingelt eh noch. Wer stört mich, wenn ich zu meiner Lieblingsmusik tanze? Ich hab's doch klingeln hören. Der ist paranoid. Der ist ein Bild. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ja bei Michael, oh jetzt geht's los! Woo! Da da da! Ja ba ba ba! Nur alle mitmachen, kommt! Woo! Bada da 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 da! La ba ba, da da da! Reicht jetzt aber raus! Mein Guter, das war schön. Der kriegt nicht genug, guck. Hier musst du noch kurz zuhören. Als wenn er das nicht hört, wenn er tanzt. Nein, das geht wirklich nicht. Das bricht ihm gleich das Herz. Okay, das haben wir. Und jetzt? Machen wir mal ein mittleres. Hm? Mh-h-hm. Ah-ha! Mein guter, da drüben muss noch ein Glederstrich hin. Erst dann ergibt das ein Gesamtbild, was ein Gefühl in mir hervorruft. Dieses Bild muss eine Million Euro wert sein. Weißt du was, du holst dir jetzt einen Kaffee und schützt den noch mit dran. Dann zieht das Bild vielleicht annähernd mal ein bisschen nach was aus. Einfach den Pinsel durch die Leingwand. Was soll denn das sein? Eine Banane ist das nicht? Da guft es so eine Scheiße. Du bist schon durch, Junge, gell? Das malt ja mein Neffe besser, du Blödmann. Was soll denn das sein? Das ist abstrakte Kunst, Mensch. Das ist nix. Das ist abstrakte Kunst. Das ist abstrakte Kunst. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Gebt mir die Münzen, ich will sie haben. So, mein guter, weißt du was wir nämlich jetzt machen? Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Ah, jetzt reicht's aber. Ach, ich kann aber auch nicht. Die Musik ist geil. Am besten ist ja die elektronische. So, mein guter. Und jetzt gehen wir auf eine Reise. Aber erstmal muss ich mein Handy noch einstellen. Hintergrundfarbe. Rot. Ist das rot? Nimm das halt. Handyhülle. Ist das klein. Mhm. So. Na. So typisch auch. Auf meinem Handy rum hier. Einfach Finger durchs Handy durch. Loch drin. Kaputt. Oder Gute hier. Äh, äh. Wann? Kriegt der ein Bart? Ist das nicht ganz. Den wechseln Bart, ja. Wie machst du denn das? Version. Vom Spiegel. Waschbecken oder vorm Spiegel. Gesichtsbehaarung rasiert. Ja. Oh, das ist neu. Ja, das ist seit Highschool Jahren drin. Oh, mach das mal ab. Ich mag kein Bart. Also da kann das als Update mit. Jetzt hat er ein Bart. Ah, hab ich eigentlich Spaß mit dem Spiel. Das wird doch geil. Guck mal, was das für ein riesen Rasierer ist. Das ist ein Rasierer für Kühe. Oha. Ach. Ich leute. So hässlich? Ja, drück doch deinen Babymann nach München aus, damit ihn jeder sieht. Guck mal, wie der da steht. So hier. Wie so ein Volldepp hier. So, und dann. Mh. 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 Ah, der ist wursch. Kann der nicht gerade laufen. Mh. So. Und jetzt, mein Guter. Jetzt verreisen wir in eine schöne Bar und lassen uns volllaufen. Das muss ich jetzt mit dem machen. Pass mal auf. Äh, wo war das? Das Grüne. Das Grüne, hier. Nein. Das ist Lila. Das ist Pink. Hier? Schatz. Da? Oder das hier? Oha. Hilfe. Oha. Hilfe. So. Das Grüne, also das. Ja, das. Genau. Okay. Ja, da steht aber nichts mit reißen. Tja, es ist das falsche Grün genommen. Tut mir leid. Nimm ich mal das Grün. Das ist doch rot. Hör drauf. Äh, wieso kommen hier irgendwelche... Farbenblend? Eine laue Sonner... äh, Sonnernacht. Sommernacht. Das ist aber Frühling. Bei mir ist Sommer. Hier sind die Bienen. Es ist Frühling. Hier ist die Biene. Biene Maya. Da ist die Biene Maya. Du hast Frühling eingestellt. Die fliegt so? Nicht Sonnen. Du guckst die so an? Und die sticht dir einfach ins Ohr. Und dann machst du einfach, während die Kinder gucken, so. Und damit nicht genug. Mh, Biene Maya geschmiert. Mh. 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 haben ja jetzt aber jetzt passen sie einmal auf was wir jetzt machen da muss der anrufen hat der wort geführt so wir gehen warte mal gibt es hier jetzt muss ich gucken ich will nicht dahin wo ich immer singen gibt es hier noch irgendwie sowas nehmen dann gehen wir du kennst dich da aus wo ist nochmals und so eine kleine bar bloß so gemütlich über eine bar willow creek gucken wir mal ich will eine bar ich weiß wo auf jeden fall eine bar ist vielleicht in sims 5 erst nein ich weiß nicht ob die schön ist aber es ist eine bar der bremswagen oder hier da hat er noch um geforzt hier ist alles voll ist da hat er noch richtig blähung ich weiß nicht ob die schön ist aber ich weiß dass die einzige war wo ich genau weiß wo sie ist die kraft des voodoo so mein guter wir gehen in die ego warte mal zeig dich noch mal wer hat denn das herz gebrochen das hat er nämlich gemacht komm wir gehen mal in die ego auch das ist das von dem update wurde hier ja mit dem klima ein auf klima kleber machst du ja so wir gehen hier hin ich muss manchmal so spielen das kommt halt gut wo geht es denn hier rein da vorne komm wir wir spannen erst mal rein ich bin verwirrt was ist das für drecksschippen komm wir gucken mal das einzige ist dass es ein bisschen haklischer die steuerung ist so gehen wir hier ein schönen guten tag hier riecht es doch schon wieder wie puff jetzt guck ich erst mal was das für ein sauladen ist hier eine treppe oh mein gott oh gott ich bin in der bar komm sauf dich mal zu mein guter hier mit meiner reiwasser was ist denn mit der komm wir setzen uns hier hin machen wir Platz hier kommt der Chef machen wir Platz hier kommt der Chef das ist aber laut kann man das nicht ausmachen hey halte lass mal was rüber wachsen ja was nehmen wir Wasser ne jetzt kommt was für die großen Jungs ja das klingt doch geil Plasma Chain das klingt eigentlich eher wie so eine neue Heldin für Marvel Plasma Chain oder? spuckender Landsitzmallow alkoholfrei äh will keine Ahnung saft on the rocks zischt wie zunder brennender Vollmundsalzer ey das mach ich das spuckt ja doch Feuer oh Amos Nektar Hähnchenflügeltee was ja 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 ich hab das schon gelesen keine Angst aber Orangeade mit Pfiff Kartoffelnektar Rabatz Coquito nicht Mosquito oder wie das hieß Mojito oder Mojito ist ja Minzfrisch Tierkonfekt what salziges Lama salziges Lama oh das will ich das ist oh ist das teuer komm ich leiste mir das mal ich bin ich bin ein Künstler Lotta Kukulotta ja verpisst euch mal von den billigen Plätzen ich bestelle jetzt einen ja genau sie haben richtig gehört ich bestelle dies können die anderen mal bläde gucken Kukulotta ich bin ein Kuss sie lässt es dann hey du scheiß Oba ich will keinen Staubsauger von dir du bist ein Staubsauger Vertreter die machst du dich an ne doch hat sie wo denn Du wirst nicht bedient, du hast einen fetten Arsch. Verstehst du das? Was denn jetzt? Oh ja, ist es doch schön. Ah, mein guter. Ah, ich hab Geld. Oh, was für ein Billigschutz. Oh, der Owe. So, du bestellst jetzt noch einen. Alter, ich will doch was. Mal rüberwachsen, die Karte. Was habt ihr denn hier für Schneeschmelze drinne? Ja, was für richtige Männer hier. Was habt ihr denn hier so? Hat er nicht mal so ein bisschen Salzsäure-Mischung? Für richtige Männer. Hier brennender Vollmond-Salzer. Da muss der aufstehen. Alter, machen wir mal so eine Mutti. Ah, ich setz mich mal zu dir. Und, wer bist du? Da warst du gar nicht so blöd zu grinsen. Du bist nämlich fett. Und ich nehm keinen Staubsauger. Oh. Jetzt, jetzt pass auf. Haltet mal die Schnauze. Ich will trinken. Ich will, dass der jetzt kotzt. Lamarck, vielleicht? Nein, ich will nicht mit dir ins Bett. Du bist ja eklig. Sowas macht man nicht. Du bist ein scheiß Lava. Jetzt, jetzt guckt sie schon so. Ah, mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich bin nämlich der Wehe, verstehst du? Ah, ist er nicht toll? Er hat mich beleidigt. Ah. Jetzt, jetzt kotzt er. Ja, dann geh doch. Ach, da muss man auch schneller pullern, ne? Von sowas. Oh, Kontroll. Alkohol halt. Na, mein guter. Geh mal oben gucken. Ob hier irgendwelche Leichen rumliegen. Na, du versaust jetzt richtig schön dir in ihr Klo. Geh. Und jetzt schreibst du mit dem Filzstift deine Telefonnummer hier dran. Oder von jemandem, den du nicht leiten kannst. Geh. Wo drunter steht. Eberhard Wilz. Ruf mich doch mal an. Eberhard. 500 Jahre alt. Wilz. Zeig dir, wo es lang geht. Ne, hier auf der Toilette findest du keinen. So, jetzt trinkst du noch was. Wie geht denn das? Wie geht denn, Mutti? Die macht erst mal Feierabend. Ey, alte, ich bin doch nicht fertig mit Saufen. Das kannst du aber wissen, du blöde Mutti. Gäh? So, oh weh. Der geht erst mal ab. Allbedienung. Du bist kein oh weh. Du kannst die Hose ausziehen. Ach, jetzt kommt der nächste Mutti. Wer bist denn du? Moira Fyrus. Nicht so. Gartenzwerge. Ja. Mach ja schön sauber. Jetzt komm nämlich ich. Oh, da bin ich doch. Ey, alte. Weißt du was? Weißt du was? Du gibst mir jetzt mal hier so eine schöne Tablettenmischung. Pass mal auf. Hier, siehs Blasch. Wir saufen jetzt unsere ganze Kohle. Mal rüber, du Mutti. Was will die Oma? Ja, schmeiß die mal raus. Wo ist der Türsteher? Türsteher, weg mit der Oma. Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Ja, Oma. Ja, Oma, du hast ein Handy. Wow. Ich hab's begriffen. Ey, verschütt nicht so viel, Alter. Gell? Mach vorsichtig. Das ist gute Zeug. Ich will's doch noch trinken. Fahr doch mal auf mit dem Mist. Du kriegst kein Geldbonus. Ey, jetzt kommen mir die ganzen alten Säcke an. Tja. Eine rauchen. Da kommt noch in. Du bist nicht berühmt. Wer bist denn du? Weltstar. Du bist kein Weltstar. Du bist ne Mutti. Äh, wo stellten die das hin? Kann ich das jetzt mal trinken? Trink das mal, Owe. Das nimmt der doch nicht. Das sind alle ganz schön traurig. Ja, weil ich dich mit denen befreundet sein will. Owe. Ich mag Scheiße. Ich glaube, jetzt kommt der möchte gerne wie irgendwo den Getränk. Ich kann's ja nicht so anklicken. Muss das unten erst mal wegklicken, wenn der mal ist. Rips, kubarow, chibato, nappe, yacke. Trinken. Nicht, dass der scheiß Opa seine hässliche Zunge da reinsteckt. Oder die Oma hier ihre komischen Zähne rein tut. Plupp. Marie Poschema? Ja, da. Ja, ich wusste es. Die sind Fan von mir. Babarazzi. Ey, wisst ihr, ich hau dir aufs Maul. Ah. Scheiße, wir waren. Nee, die sind wegen mir hier. Es steht doch da. Nein. Das zählt ja dann für mich. Nein. Der Weltstar ist ja der Klausel. Nein, ich bin ja der Weltstar. Ja, nein. So. So. Du bist ein Newcomer. Nicht Weltstar. Ey, Inge. Nee, warte mal. Ich kann nichts mehr bestellen. Ja, doch, ey. Ja, schick. Du nimmst jetzt mal noch ein Granitfalzblitz Oblanko. Und dann hast du aber genug Ohrrede. Ey, red doch nicht mit dem Abschaum. Oh. Ich bin doch nicht der Böseste. Siehst du, die sind nicht wegen dir da. Doch, die sind wegen mir da. Ihr brecht mir alles Herz mit eurer Anwesenheit. Was ist die? Ich bin Megastar. Ja, warte mal. Ich werde euch alle überkommen. Alter, hör mal auf. Äh. Okay. Aber jetzt machst du... Oh, nee, die ist nicht so brinklig. Ja, die ist nix. Die ist doch ne Vampirin hier. Naja, das sieht man doch schon. Boah, nee, die ist es. Die boxt Leute mit ihrer Handtasche. Ja. Ja, wenn sie sich zu ihr altet. Oma ist unterhalten. Da kommt nix Gutes bei rum. So, ja. Okay. Warum quatsch ich mich nur solche Fetten an? Ich bin jetzt heute böse. Verächtigt. Du kriegst aber auch Angst, wenn so eine Naturgewalt auf dich zurollt. Alter, hör doch mal auf. Trink mal. Ich bin der Lösch. Du musst saufen. Oh, nee, du kriegst den Neven. Oh. Ich hab die Schnäuzen voll. Ich geh nach Hause. Ja, geht mal alle auf den Sack. Ja, aber lass mich Ruhe. Ich hau jetzt hier ab. Ja, ich war wieder sehr nett zu dem. Aber du gehst zum Mülltonner. Nee, doch nicht. Ja, ich will gucken, ob die alte da reinpasst. Weißt du? So. Mein guter. Dann würde ich sagen, Ja, du willst schon wieder pennen. Nee, du kriegst jetzt keine Trommel. Jetzt nicht. Kannst du später alles haben. So. Was macht die Biene Maja schon wieder hier drin? Die ist eingesperrt. Toll. Ich muss die nochmal zerdrücken. Gut. Hier werde ich speichern. Meilensteine. Kennzeichen wichtige Momente im Leben eines Sims. Das ist schon gruselig. Das weißt du, gell? Ja, aber. Geh weg. Renn mal hier rein, mein guter. Ganz schnell. Die wollen doch Fotos von dir machen. Äh, hier hingehen. Schnell. Da kommt noch einer. Hiya. Ja, du bist ein Pferd. Hiya. Guck mal, wie langweilig ich von denen schon bin. Nee, ich will coole Leute kennenzulernen. Es gibt hier einen übelst coolen Opa. Der hat so Sonnenbrille. Und das bin quasi ich in Alt. Sonnenbrille. So eine übelste Rockerjacke oder irgendwie. Den will ich nochmal finden. Das wird mein bester Kunde. So. Okay. Probe. Zieh nicht so einen Flinsch. Gell? Jetzt ziehst du dich erstmal noch um. Wie geht denn das? Outfits. Outfit ändern. So. Wuhu! Wie ist denn das mit der Wäsche? Warum? Ich denke, die muss man waschen. Ja, aber das ist nur automatisch aktiv. Wenn du eine Waschmaschine hast, dann landet deine Wäsche auf dem Boden. Okay, weil du kannst ja jetzt... Oder du holst hier im Wäschekorb und dann landet sie im Wäschekorb. Also mache ich das mal später. Das machen wir nämlich. Ja. So, oh weh. Der heult schon. Ja, der will noch was trinken. Nee, der hat zu viel getrunken. Hier würde ich Schluss machen. Und mal gucken, ich entscheide dann spontan, was ich das nächste Mal mache. Wir müssen eigentlich noch ein paar Bilder malen, weil wir haben jetzt hier bestimmt 100... Ich sag mal... Euro, sag ich jetzt mal. 100 Euro versoffen. Ja, der weiß halt, was gut ist. Das muss man auch mal machen, gell? Gell, mein Guder? Gut. Reicht bis hierhin. Hat mir doch wieder eine Menge Spaß. Das war jetzt Folge 4 von einer Million. Gell? Super. Super. Super.